Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute haben wir uns ein Thema vorbereitet Wir haben heute natürlich auch ein Thema vorbereitet und zwar, dass Chang'e von Ape Crime gestorben sein soll Daran glauben wir beide allerdings nicht, da alles was darauf hinweist nur ein Wikipedia-Artikel war Also nicht mal ein Artikel, einfach nur ein Datum in Wikipedia, das da kurzzeitig erschien und sofort wieder danach gelöscht wurde Allerdings hat Chang'e es auch schon wieder gepostet in dieser Zeit Deshalb, ich glaube nicht daran, dass er wirklich tot ist Er hat ein Bild von seiner Freundin geliked Wahrscheinlich hat er nicht mehr daran gedacht, dass er nichts liken soll, schätze ich mal Denn ich denke, das Ganze war eine Bromo-Sache, jetzt nicht Chang'e ist tot Sondern, dass ihre Videos alle verschwunden sind und ihre Kanal-Banner ebenso Bis jetzt war das für sie ja auch sehr erfolgreich Jeder redet darüber und, naja, es wäre eine perfekte Promotion für ihr Album Exit, das ja auch bald erscheint Da ihre derzeitige Situation ja auch ein bisschen wie ein Exit wirkt, würdest du zwei Gold, Mindy? Nein, ich brauche nicht Habe ich dir aber trotzdem gegeben Aha, was machst du jetzt? Ja, und deswegen glauben wir beide, dass das eine Bromo-Aktion ist Du hast es ja auch gestern Nacht gesagt, Mindy No Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon hält Glaubt ihr, dass Chang'e wirklich gestorben ist Oder dass wirklich irgendwas Schlimmes passiert ist mit Ape Crime Oder aber glaubt ihr auch, dass das Ganze eher mit einem YouTube-Exit zu tun hat? Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt von YouTube gehen wollen Weil sie haben sicher viel verdient in letzter Zeit Und dass sie vielleicht jetzt in die Musikrichtung gehen wollen Wie Taddle kann natürlich auch sein Oder halt Dead Album Ich persönlich glaube aber nicht daran Sondern ich glaube, dass das Ganze eine Bromo-Aktion für ihr Album war Aber dass sie trotzdem noch weiter YouTube-Videos machen werden Während ich in der Lieder den Bass plan Habe ihr Hab einen Kill, nice Du hast mehrere, oder? Ja, war einen Kill Nerven euch eigentlich auch die ganzen Hacker Weil wir hier Auf Revenzeit kämpfen ständig gegen Hacker Und eigentlich Mögen wir auch GOMA recht gerne Aber irgendwie leckt er in letzter Zeit so krass Ja GOMA ist ein nice, dass er war eigentlich Aber Mit den Lacks ist es halt echt schwierig Spielen wir derzeit auf Revenzeit Das wird doch immer mehr auf Revenzeit zurück Ja Wo wir eigentlich GOMA für liebe Mengen Und normal Da die gute Beide diskutieren zu lassen So Ja Nice Jetzt geh du mal rein Meine Ich hab schon gelabelt Du wack Ja Liesi Ich hab ihn doch gedehnt Ja Leute Ich hoffe die Folge hat euch gefallen Wenn ja würde ich mich auf eine positive Verwertung sehr freuen Viel Spaß auf YouTube noch Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal